hallo und herzlich willkommen zu diesem tutorial hier geht es darum wie in zwei varianten dieser miniatur effekte du gerade siehst in der scene cam hinterlegt wird und im third person charakter so als erstes geht es selbstverständlich an die map vorbereitungen das sind noch die drei dudes vom overlay material video verlinkt hier oben rechts falls du es magst und wir erstellen uns jetzt eine neue map natürlich beziehungsweise wir borken uns eine auf dem marketplace habe ich hier das fantastic village pack gefunden das ist free kannst du also runterladen link gibt in der video beschreibung falls das nachstellen möchtest als patron ganz natürlich auch die ganzen projekt dateien wie immer ab 1 euro runterladen hier ganz wichtig immer alles kopieren deswegen verlinkt deswegen kopiere ich hier die day variante von village pack einfach in meinen ordner dann kann ich hier damit machen was ich möchte und verändere den grund content nicht so das haben wir schon geschafft und dann können wir die auch mal laden ich zeige dir jetzt zwei verschiedene varianten einmal im cinematics bereich mit der cine cam so können wir im editor ein bisschen rumfliegen die einstellungen testen und so weiter ich habe ja auch viele cinematics tutorials schon gemacht falls sich das interessiert auf der anderen seite zeigte dann noch die spieler cam das heißt wir werden den third person charakter hier in der map integrieren mit dem rumlaufen und seine eigene kamera die er nutzt für diesen effekt verwenden dazu brauchen natürlich eine cam die holen wir uns hier ganz einfach im cinematics bereich cine camera actor die zeigt jetzt quasi auf mich und hier unten im outliner kannst du mit der rechten maustaste geht natürlich auch hier dann den piloten modus aktivieren und bist nicht nur in der cam drin sondern kann es jetzt auch mit der cam rumfliegen als nächstes gehen wir natürlich aus dem gamemode raus nicht quatsch in den gamemode rein ich drücke jetzt einmal in dem viewport und dann die taste g und dann verschwindet alles es sei denn ich klicke was an dann kommt noch der gizmo halt und ein paar outlines aber ansonsten sind wir hier gut to go und können dieses bild ist mal verwenden später fliegen wir dann oben so dann natürlich auf die cine cam klicken und im details panel unter land settings und focus settings die entsprechenden einstellungen vornehmen ich gehe davon aus dass das meiste ungefähr weißt wenn nicht dann bitte einmal die cinematics tutorials gucken von mir hier einmal die fmin stop auf null stellen damit wir unten ein bisschen mehr spielraum haben die current apache stellen wir auf 0,09 und dann holen wir uns den den focus ran der ist jetzt hier unten oder hinter dem berg irgendwo den holen wir uns mal nach vorne da wo die plane einschneidet da ist der focus perfekt so ungefähr so und das war es auch schon das ist der grundstein hier alles andere ist ein bisschen fein justieren da sage ich da sage und zeige ich dir gleich noch was dazu hier ist der clou dass wir hier die tiefen und schärfe vor und hinter dem objekt haben und dass wir hier in der mitte so einen kleinen radius haben einen kleinen korridor sozusagen der von links nach rechts geht wo alle scharf ist und den können wir größer und kleiner machen mit der current apache bis sie dann auf null ist und dann geht es wieder rückwärts genau jetzt ist wieder weg jetzt mache ich den wieder größer und so weiter denke das ist klar dann haben wir noch die focal length damit kann ich heranzoomen normalerweise würden wir ja mit dem heranzoomen der focal length einen größeren tiefen und schärfe effekt hinter dem objekt erzeugen indem wir dann weiter weg gehen das greift hier eigentlich auch wir müssen jetzt auch wieder zurück nur wird allgemein der effekt dann wieder vergrößert bedeutet für uns jetzt wenn wir diesen effekt erzielen wollen die focal length anpassen und dann wieder zurück so ich mache meine kämmer ein bisschen kleiner bis zur mauer so und jetzt muss ich meinen focus einfach wieder neu setzen auf irgendwas was ich mag geht natürlich auch wieder der baum und dadurch dass wir weiter weg sind die focal length aber größer ist ist der effekt viel krasser wie du siehst hier rundherum und das war es auch schon vom feinjustieren her wir haben jetzt hier noch die möglichkeit natürlich ein bisschen herum zu fliegen ich zeig dir mal hier ist irgendwo so ein brunnen und alleine durch diesen effekt ist der absolute wahnsinn wie klein das auf einmal wirkt alles auch wenn hier ein bisschen was da dazwischen ist auf jeden fall cool du kannst natürlich den fokus mal wieder neu setzen das natürlich auch die möglichkeit den autofokus zu benutzen dann werden objekte halt verfolgt und sind halt immer im fokus und im grunde genommen war es da schon zum thema cinecam das nächste ist jetzt die normale cam und dazu müssen wir auch eine kleinigkeit wieder vorbereiten so da brauchen wir natürlich den third person content noch den findest du hier unter add und dann content pack mal klicken kann so für person einfach ein arbeitnisprojekt und dann hast du hier unter blueprints den bp third person character der wird auch einfach kopiert und wir haben natürlich hier den game mode der ist gleich noch wichtig hier wird er selbstverständlich umbenannt damit man gleich wieder erkennen hier darf man sich auch nicht verschreiben so character alles nochmal speichern dann gehen wir natürlich da rein und schnappen uns den menu so jetzt kann ich für diese map den game mode überschreiben unter den world settings einfach den bp third person game mode also ihn hier einfach da rein laden und dann können wir im game mode dann sagen dass der default pawn ein anderer sein soll das soll nämlich unser tilt shift pawn sein und dann können wir im grunde genommen nochmal speichern und direkt loslegen dann gehen wir in unseren charakter rein fügen hier oben eine neue komponente hinzu und zwar eine post process komponente ich gehe mal hier weiter hoch so die ziehst du dann einfach raus und gehst über die settings set member war das glaube ich genau da kann man in einem struct halt nur das hätten was auch wirklich gebraucht wird das schalte ich mal hier ganz quick und dirty zwischen und hier suchen wir im grunde genommen das raus was wir eben auch schon angesprochen haben also wir brauchen den f-stop ich weiß gar nicht ob man den so findet ja f-stop so der minimal f-stop den brauchen wir hier nicht weil hier können wir den automatisch bestimmen dann brauchen wir noch den sensor und focal distance so unser f-stop ist wieder unsere klassische 0,09 dann unser sensor war 100 eben und die focal distance ist gleichzeitig distance von dem kameraboom also die f-stop ist wieder unsere klassische 0,09 also von dem arm wo die kamera dranhängt ich glaube den kann man hier auch sehen da das rote ist der kameraboom und an dem kameraboom hängt dann die die kamera dran und wie lang der ist das ist dann quasi die reichweite in der der effekt dann stattfinden soll und deswegen sollte je nachdem was du für einen effekt anstrebt natürlich das immer gleich sein das kann man natürlich auch dynamisch machen in game so jetzt bin ich verwirrt wo wollte ich jetzt in so event graph genau jetzt müssen wir erst mal gucken wie viel das war ich glaube am besten sah 1000 aus können wir gleich mal prüfen nochmal und den arm hier da stellen wir einfach auch ein dass der 1000 sein soll kann man auch so schöner machen dann siehst du auch direkt denn wo ist es da die target arm length ist gerade 400 und die erhöhen wir jetzt auf 1000 so dann ist die ein bisschen länger compile safe und dann müsste es auch schon funktionieren ja und schon haben wir unseren tilt shift effekt ist natürlich baggy wenn jetzt die kamera dann irgendwo anders hin läuft und sich die focal distance nicht automatisch anpasst aber sieht doch schon nicht schlecht aus klar ein bisschen feintunen kann man noch hier und da aber das war es auch schon und also super easy den effekt an den start zu bringen finde ich echt finde ich eine super sache für das was man in so kurzer zeit erreicht es gibt noch ein paar sachen die wichtig sind beziehungsweise mindestens zwei sachen jetzt hier noch mal ganz kurz raus so und zwar hätte ich jetzt gerne all diese einstellungen getätigt im post process volumen in der post process component aber man kann den min f stop den ich eben per hand gesetzt habe nicht auf 0 setzen der geht automatisch auf 1 das heißt wir können in dem in dem f stop hier nicht weiter runter gehen als als 1 was wir müssen um den oder ja was besser aussieht halt quasi um den effekt dann richtig sauber rüber zu bringen von daher weiß ich nicht woran das liegt das ging einfach nicht und dieser f min f stop der ist eigentlich dafür da ich weiß nicht ob es an dieser component liegt da habe ich jetzt nicht so viel mit gearbeitet schreibt mir gerne mal in die kommentare ob du weißt warum man das jetzt hier nicht in der component entsprechend einstellen kann deswegen sind wir gezwungen hier über die settings zu gehen und das quasi in game einzustellen und wenn du hier dann 0,9 einstellst dann geht es auf einmal doch verstehe ich nicht ganz kann jetzt ein bug sein kann jetzt aber auch was technisches sein würde mich sehr interessieren wenn ihr das weiß bitte einmal in die kommentare schreiben das ist das erste das zweite wenn du mal ein problem hast mit depth of field und translusions hier in irgendeiner form ich glaube es gab mal jemand auf discord der hatte einen wasserfall wenn ich mich recht erinnere und das was aber natürlich teilweise durchsichtig da gab es auch depth of field effekte und so weiter und da gab es jitter und ja so eine art z fighting effekt das konnten wir dadurch auch lösen deswegen hier auch gerade mit dem effekt sehr wichtig ich habe jetzt hier mal irgendein material raus das muss natürlich dann translucent sein und dann das übrigens wenn ihr das zu viel wird hier einfach aufs rädchen und dann auf collapse all dann auf translucency und dann auf advanced und dann stellst du hier den translucency pass von after auf before depth of field und dann lösen sich deine probleme sofort es kann sein dass das dadurch unperformanter wird erkenne ich mich nicht so hundertprozentig aus aber zumindest sind deine probleme hier was dieses material angeht komplett gelöst das sieht sofort perfekt aus danach und das war es auch schon mit dem tutorial ich hoffe sehr dass es dir gefallen hat wenn du mich unterstützen magst würde ich mich sehr über eine kanalmitgliedschaft oder natürlich über ein patreon level freuen wenn du mal hilfe brauchst komm gerne auf discord vorbei schreib einfach deine fragen in den community chat da wird versucht jedem zu helfen auch wenn du mal einfach über dein projekt quatschen oder was zeigen willst komm vorbei hau was raus reden wir drüber und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wie immer unreal engineer out